Hi, wir sind Nadine und Nico von Wennwandern und wir sind heute in Storko auf einem Mittelalterfest. Wo ist mein Knappe? Hey, cool! Das sieht sogar richtig gut aus. Jetzt sind noch einwandfrei. Ein Foto? Hallo liebe Freunde von Wennwandern und herzlich willkommen hier auf der Burg Storko zum Mittelalter-Spektakel. Und herzlich willkommen hier am Stand von Stundenblas Media. Stundenblas Media macht projektbezogenen Unterricht in Berlin und Brandenburg, aber auch in anderen Gegenden von Deutschland. Und zwar vom Thema Mittelalter. Wir erstellen dafür Karten und Bücher und versuchen darauf zu zeigen, wie hat es bei uns in der Region vor 700 Jahren vielleicht ausgesehen. Das ist ein ganz einmaliges Projekt und wir freuen uns sehr, dass Wennwandern heute dabei war und begeistert ist. Ja, und wir sind es auch und wünschen euch jetzt viel Spaß hier auf dem Mittelaltermarkt von Burg Storko. Alles Gute! Du musst ja nicht die ganze Zeit Spannung halten, da kann man schön... Die Höhre war gut. Super gemütlich hier in diesem... ...Zelt. Wenn du weggehst, nicht dass du hier auf den Haft gehst. Oh, fertig! Fertig, gut! In der Kürze wird es hier eine Wilde raufbereiten. Es stehen Arme und Beine. Können wir uns heulen und literweise Blut wird fließen. In den Nacken! Ausgelobene Erste! Ein Wasser! Er verleicht es! Das Mittel-Erterfest ist ein richtig cooles Ausflugsziel gewesen. Und jetzt werden wir uns einen Schlafplatz suchen. Bis zum nächsten Mal. Nadine und Nico von Wenn Wandern. Tschüss! Musik 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 Musik